So Leute, ich bin's wieder, euer MegaGamer Let's Play und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Silent Hill Homecoming. Jo, wir sind hier jetzt in irgendeinem Haus drin, aber ich hab keinen Plan, wie wir weiterkommen dort, keine Ahnung. Werden die uns jetzt mal hier richtig umschauen, erstmal. Moment mal. Ich glaube, ich wüsste jetzt, wie wir weiterkommen dort. Wir gehen hier rüber, die Geräusche, da gefallen mir ja ganz und gar nicht, aber egal, ich lass mich davon jetzt nicht stören. Wir gehen einfach mal weiter, Leute. Ist ja nix dabei. So, wir müssen doch irgendwie dort runterkommen, oder? Nö, da kommen wir mal nicht runter, da müssen wir hier irgendetwas... Ah, bingo. Verdammt bin ich gut, Leute. So, jetzt sind wir, jetzt sind wir oben irgendwo. Ich will's nicht wissen, wo wir sind, ganz ehrlich. Ich will auch nicht wissen, was uns da erwarten wird. Wir gehen, wir, wir... Wir gehen jetzt einfach tun, so als ob da... Tun so, als ob da nix wäre und so, aber da ist schon was. Sieh, ich brauch... Okay, was haben wir denn alles? Okay, wir haben Helltrink, First Aid, die blöde Uhr, Taschenlampe, Radio, die Pistole, die Axt, das Eisenrohr und das Kampfmesser. Okay, dann gehen wir mal weiter einfach. Einfach weiter gehen. Uns wird da schon nix passieren. Mach ich mal. What the fuck ist das? Nein! Scheiße! Boah, nicht schon wieder die Fiecher. Oh, nee! Ja, geh weg! Boah, wie ich die Mistfiecher da hasse! Komm, geh weg! Geh dich vergraben, du Scheiß-Krüppelfieh! Entschuldigung für die Kraftausdrücke. Aber musste sein. Okay, Leute. Ich will es ehrlich gesagt... Ah! Okay, was jetzt? Na, komm her, Schätzchen. Boah, du blöde Kuh! Komm, geh kaputt! Geh weg! Du wahnsinnige Alte! Boah! Verdammt! Okay, die wäre tot. Die wäre... Die ist jetzt mausetot. Was? Alchemie-Lausfitter? Okay. Die Scheiß-Geräusche da, die... Die gehen mir ja mal gar nicht ab, Leute. Das gefällt mir überhaupt nicht. Okay, was ist... Was ist denn hier? Was... 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 Was ist denn jetzt los? Was... Wieso? Was... Wo denn? Wie? Wo? Was? Wo? Hallo? Okay, da ist alles zu. Okay. Hier wäre auch alles zu. Okay, dann gehen wir mal rechts rüber. Ich will mich hier ehrlich gesagt nicht lange aufhalten. Also gehen wir mal jetzt hier rein. So, hier das erstmal wegschieben. Na, klasse. Und jetzt da drunter. Oh, nee. Ganz ehrlich, ich hab keinen Bock mehr. Okay, was ist das? Ein Foto? Okay. Okay, wir haben... Alchemilla-Postcard. Okay. Steht doch... Da steht irgendwas drauf. Aber ich hab keine Ahnung was. Ich glaub, das müssen wir jetzt der Frau bringen. Denke ich mal. Dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt mal wieder zurück. Nein, ich geh ja schon hier weg. Okay. So, Leute. Dann würde ich mal... Wir gucken jetzt mal auf die Karte. Ja, und dann gehen wir mal zu... Oder? Genau, wir gehen jetzt zurück. Vielleicht müssen wir... Der Frau da... Die da ist im... Anti-Gute-Nacht. Ich mach dir Angst. Lidchen. Da summt. Die Postkarte bringen. Ich weiß es auch nicht. Also... Keine Ahnung. Gehen wir mal einfach zurück. Was ist das? You can't wash it off. Okay. Komisch. Egal. Einfach zurückgehen. Was ist denn nun los? Nee. Oh ne. Oh ne. Nicht der Typ. Oh nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Man, ihr Mistkäfer, geht mir nicht auf den Piss Leute, ich hab keine Ahnung Ich will da nicht rüber Ich will da nicht rüber Okay, da waren wir noch nicht Anscheinend Sollen wir nicht erstmal zurück abspeichern gehen? Was meint ihr? Ja, wisst ihr was? Wir gehen erstmal zurück abspeichern Oder? Gehen wir abspeichern, Leute? Was meint ihr? Ja, komm, wir gehen abspeichern Erstmal abspeichern, bevor wir drauf gehen Ich trau mich gerade nicht Der, der, der große Typ da mit der Axt da Der, der, der Der betreibt bestimmt Bodybuilding und so Also, der will uns töten Auf jeden Fall Speicher Speicherpunkt 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 Entschuldigung Speicherpunkt Speicherpunkt Speicher Speicherpunkt Oh Gott Yeah So Erstmal speichern Und dann wieder nach oben So, Leute Sorry, aber das muss sein Ich hab keinen Bock, dass wir da drauf gehen Oder sonst irgendetwas Oder dass ich hier jetzt An einem Herzinfarkt Herzinfarkt verrecke Okay, dann gehen wir mal zurück Scheiße Das ist doch so richtig scheiße So richtig, 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 richtig Scheiße Okay Na dann Dann mal wieder nach oben Ne So, Klimp down So, Leute Und jetzt Jetzt stellen wir uns der Gefahr Denn wir sind ein Soldat Ein wahrer Wir sind ein Wahrer Wir sind ein wahrer Patriot Ich hab Angst Ich kämpf mich jetzt da hin Wo ist denn der scheiß Typ Ich will's nicht wissen Ehrlich jetzt mal Der, der, der Dackelt da doch irgendwo Der, der Der, der, der Der geht doch dort irgendwo Ist er dort? Nein Wir lassen das Licht mal besser aus Komm Mach auf 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 Okay, Leute Wir haben jetzt wieder so ein Serum Für was Warum Für was auch immer Ich hab keine Ahnung Für was der Scheiß da ist Nicht schon wieder Diese Mistviecher Okay, machen wir die erstmal kaputt Jetzt Der Typ ist dort Der, der, der Der, der Okay, Leute Dann, dann würde ich mal sagen Wir gehen hier rüber Hä, der ist von dort gekommen Okay, oh ne, ne, ne Bitte, keine Treppen Bitte Bitte alles außer Treppen Okay, Leute Ich hab jetzt keine Ahnung Wohin wir gehen Okay, wir gehen immer Wir gehen Wir begeben uns immer höher Josh, warte What the hell You gotta be shitting me Oh ne Wollt ihr mich jetzt etwa Wollt ihr mich trollen oder was Wollt ihr mich etwa trollen Alter, Schwede Ah, komm Scheiße, wir sind tot Wir sind zum ersten Mal gerade grepiert Ja, ich würde mal sagen Continue Und jetzt Wo sind wir jetzt Ich glaub wir sind jetzt Ähm, wieder am Ähm, Speicherpunkt Oder was Ne, oder Och komm schon, bitte Jetzt sagt Ey, das gibt's doch jetzt nicht Oder, Leute Verdammt Warum Das Mist Das Mist Das wär doch übelst ab Das Wie kommen wir dagegen an Wir haben kaum noch Munition Und Von der Pistole Und nur noch die Axt Das Eisenrohr Und ähm Das blute Messer Naja Auf ein neues Dann eben So, Leute Jetzt heilen wir uns erstmal Verdammt Wie kommen wir dagegen an Ey, Leute Das gibt's nicht Das gibt es nicht, Leute Dagegen kommen wir nie im Leben an Verdammt Ah, jetzt aber Jetzt haben wir Jetzt haben wir so langsam Den Dreh raus, Leute So Okay, jetzt Komm, komm Nein Es ist tot Yeah, es ist tot Wir haben uns hingekriegt Wir haben uns hingekriegt